Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Runde Co-op Planetary Annihilation mit dem Paco. Hi Björn. Hallo. So, ich darf überall starten. Wo soll ich starten? Alle Planeten auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Sag mal, welche Farbe hat dein Planet? Ich kann mir bisher noch jeden aussuchen. Ja, ich auch. Und dass wir denselben nehmen, würde ich sagen. Ja, ja. Wie sieht der bei dir rechts von der Sonne aus? Ist das so ein Wüsten? Rechts von mir ist ein ziemlich roter, ich würde sagen eher Lava-Planet. Ach guck mal, da sind ja Magma Prime, Magma Alpha, Ice Prime und Ice Alpha. Ja, ach so. Magma, Magma, Ice, Ice. Ach guck mal, bei den Magma-Dingern ist das meiste Metall, deswegen würde ich einfach sagen, nehmen wir uns einen von den beiden Magmas. Alpha oder Prime? Optimus Prime ist geil, oder? Alles klar, dann nehmen wir Prime. Prime. Aber so Prime ist auch nicht verkehrt. Ja, dann starte ich hier. Alles klar. Ja, ich hoffe, läuft besser als beim letzten Mal, aber ich habe jetzt auch viel mehr gelernt, man muss immer mehr bauen, 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 bauen. So ist das. Ja, und wenn ihr diesmal wieder einen Planeten in unserer Einstellung noch mehr Möglichkeiten, völlig geisteskannte Typen, hilft dir die ganze Übung auch nichts, ne? Ja. Dann ist auch mal ganz schnell Feierabend, leider. Konnte man beim letzten Let's Play eindrucksvoll sehen. Bei dir muss die Aufnahme noch besser drauf sein als bei mir. Ich habe jetzt wirklich nur den letzten Aufprall mitgekriegt und auf einmal war das Spiel vorbei. Ja, ich konnte vorher wenigstens noch kurz aus dem Orbit rauszoomen und habe hier noch angeflogen gesehen. Ja, so schnell kriegst du deinen Commander dann auch nicht mehr gerettet, ne? Ne. Das wird ja noch helfen. Ich baue mal ein paar Panzer einfach nur mal, um zu gucken, ob wirklich keiner hier auf dem Planeten ist. Aber hier gibt es diese schnellen Gressen, die Wiesel, wo einfach mal zehn Wiesel. Mega Laune, ey. Ist so wie früher mit Command & Conquer. Ja. Und ein Radar wieder. Radarkontrolle übernehme ich dann. Jetzt schauen wir mal, nehme ich noch ein Produktionsfahrzeug. Zack. Hör doch mal was, wenn diesmal kein Gegner an uns. Auf dem Planeten wäre. Und eine reine Orbitalschracht finde ich mal cool. Oh ja. Genau, dann starten wir uns schön aus. Aber dann, wenn wir dann auf dem anderen Planeten ankommen, dann... Bist du rot? Ja, ne? Ich bin rot, ja, ja. Keine Sorge. Wollte ich nur sagen, ich habe da schon wieder einen gefunden. Dann werden die da natürlich auch so einiges aufwarten können. Aber wir haben dann erstmal hier auf unserem Planeten so ein bisschen Ruhe. Ich gucke gerade mal für uns. Ja. Und der Planet wird verwieselt. Scheint niemand hier zu sein. Das heißt, Bodeneinheiten, da sollten wir jetzt nicht zu viel reinstecken. Da werden wir hier keine Schlacht schlagen. Ich brauche nur mal ein paar, falls der gleich wieder mit irgendeiner Kacke hier angeschissen kommt. Als ich die ersten Male dieses Spiel gespielt habe, da kannte ich noch nicht die Funktion dieser Produktionseinreihung. Und habe jedes Gebäude einzeln gebaut. Da wirst du rund bei, echt. Da drehst du durch. Kriegst du ja gar nicht hin. So, dann baue ich jetzt mal so eine... Ach, guck mal hier bei der Manhattan von dem ersten Let's Play steht. Mobilien, Nuklearwaffe, turniert eine Nuklearwaffe bei Tod. Das heißt, du fährst dann mit in die Gegnerische Basis. Genau, das Ding wird ein Todesröchel-Effekt. Siehst du das? Todesröchel-Effekt. Da gucke ich mir auch mal dieses erweiterte Verrück... Oh ja, da kann man doch einiges mehr bauen, ne? Ja, da kann man doch noch... Vielleicht kann man doch noch... Vielleicht kann man doch noch... Okay. Oh ja, diese erweiterten oder fortgeschrittenen Fabrikationen... Also, dann... Mhm. Krass. Obwohl ich überlege, wenn wir da so eine Einheitenkanone haben und zwölf Einheiten drüberballern können, dann macht es ja doch Sinn, den Boden Einheiten zu bauen, ne? Ja, eigentlich schon. ich denke mich da gerade erst mal das erste mal so ein bisschen in dieses spiel rein und tagewerfer ist stark klar jetzt gleich erstmal herausfinden auf welchen planeten welchen planeten die sind man kann hier ein verbessertes radar gibt es nicht irgendwie dann orbital radar oder so titan der apokalypse sobald fertiggestellt zerstört ihr den planeten auf dem er errichtet wo ich immer auch gesehen hat was ist los um an atomraketenwerfer ich hoffe er geht auch interplanetar um Ich glaube, ich baue jetzt gleich mal so diese, wie heißt die, einfache Radarsatelliten und damit fliege ich einfach mal jeden Planeten ab. Zumindest schau mal, wo die sind, die Huckel. Ich habe jetzt noch einen Kraftwerkeblock gebraucht und das reicht immer noch nicht. Ich habe jetzt die Huckel und die Huckel. Wow. Oh, meine Energie und mein Metall ist so im Arsch. Echt? Ja, ich produziere wie eine Wildsau gerade. Oh ja, meine Energie auch, sehe ich gerade. Wo wurde der Gegner gesichtet? Ich weiß es nicht. Ach, auf einem anderen Planeten? Ja, hoffentlich. Ja, auf einem Eisplaneten, was ist das? Das ist auf Eisprime. Jetzt fliege ich mal mit unseren Radars die anderen Planeten an. Willst du mal sehen, wie das aussieht? Ja. Das würde ich mal eben hier gerade... Eisprime. Und siehst du das System? Ja. So, dann kenne ich direkt an und dann siehst du da so die Umlaufbahn, wie der dahin fliegt. Kann ein bisschen dauern und jetzt... Ja, dann erzähl mir mal, wie hast du jetzt schon Orbital-Einheiten in die Luft gekriegt, ey? Ich habe einen Orbital-Einheiten gebaut. Was hast du gebaut? Einen Orbital-Werfer. Orbital-Werfer, okay. Und den kannst du direkt von Anfang an bauen. Also du könntest auch sagen, ich baue gar keine Bodeneinheiten so nach dem... Na gut, du musst zumindest eine Fahrzeugfabrik bauen und darin dann einen Fabrikationsroboter. Nämlich ansonsten, äh, ansonsten, äh, mit dem Commander kannst du keine, äh, keine Orbital-Werfer bauen. Das... Zu jedem Planeten ist gerade einer unterwegs. Mhm. Sie fliehen da rum. Ja, auf, auf, ähm, ist das auf Eis-Alpha ist jemand? Auch wenn er noch nicht da ist, ich habe gesehen, wie da eine Orbital-Anneitung geschlossen wurde. E-Mail-Cain is on the way. Hi, Jordan. Hi. 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 Ich habe mal nicht, habe ich mal so ein paar... Ich versuche, so ein bisschen den Luftraum da zumindest zu sichern. Bei denen ich schon mal ein paar Einheiten von mir rüber schicke. Ich glaube, dann mache ich mal. Produktion, die stelle ich einfach auf unendlich. Schon diesen Orbital wäre von nicht. Ähm, warte mal eben. Der ist... Hast du das Produktion-Fahrzeug? Ja, ich habe jede Menge... Verbesser. Ach da? Hä? Tatsache, da kann ja wirklich jeder bauen. Scheiße, und ich sehe das Ding nicht. Alles klar, dann her damit. Ja, ich finde das Baumenü, das ist halt viel, viel krasser als bei Command & Conquer beispielsweise. Da muss man sich echt erstmal eine Zeit lang dran gewöhnen, was man da alles für Möglichkeiten hat, was man bauen kann und so. Das ist schon... Das ist schon echt eine ordentliche Auswahl. Ja. Ähm... Mir fällt gerade übrigens ein, ich habe so eine Einheiten-Kanone fertig gebaut. Ja, ich auch. Ähm... Meinst du da mal einfach was rüberballern? Äh, ja, aber ich habe noch gar keine Einheiten. So, bei mir fahren die gerade in die Kanone rein. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angucken möchtest. Also ich habe die jetzt mal angeklickt. Ich weiß nicht, ob, kann ich die dann einfach da in die Kanone reinschicken? Ich glaube, ja. Oder muss ich in der Kanone das bauen? Weil ich sehe gerade, in der Kanone habe ich auch noch so ein Baumenü. Gibt es da dann extra Einheiten, die man darüber fahren kann? Dann reicht das doch einfach mal so. Achso. Achso, die musst du da drin auch produzieren. Du kannst gar nicht deine eigenen Boden-Einheiten drüber schicken. Achso. Äh... Mein Gott, ey. Bis die Einheiten drüben sind, das dauert, weil das Sonnensystem so... Weil die Abstände zwischen den Planeten so riesig sind. Dauert echt super lang, bis man auf einem anderen Planeten ist. Boah, ich baue jetzt einfach. Ich gehe jetzt hier richtig Rage in der Produktion. Mir ist das egal. Meine Metallproduktion ist schon am Ende. Ich habe nicht genug. Rein sind Orbital-Einheiten teuer. Ja. Also auf den beiden Eisplaneten sind die... Alles klar. Heißt für mich jetzt erstmal... Ich schicke jetzt... Ich feuer mit der Kanone. Das würde ich dir auch empfehlen. Auf den anderen Lava-Planeten. Einheiten. Damit wir da auch nochmal siedeln können. Und die Produktion uns reinfahren. Und dann geht Rot gegen Weiß in den Planeten. Boah, das dauert aber lange, bis die Kanone produziert hat. Also bei ihr überschießen... Ja, und wie kann man ihr dann sagen, wo sie hinschießen soll? Ja, wahrscheinlich kannst du dann nachher einfach den Planeten... Um rechts kannst du mal den Planeten anwählen. Dann kannst du da wahrscheinlich einfach mit rechtsklicken dann... Nö. Nö, hat nicht funktioniert. Also auf dem... Ach, ist sie denn schon bei dir voll beladen? Ja, ich hab da aber nur so kleine Schnelle, die schnell gebaut sind. Okay, das weiß ich natürlich nicht. Kann ich nicht. Wie kann man das denn noch machen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich hab mit dem Teil noch nie gearbeitet. Oh je. Gesundheit. Dankeschön. Okay. Okay. Und man muss nur einmal rausfinden, wie die Scheiße funktioniert. Einheitenkanone ist bei mir jetzt auch bereit. Guck mal im rechten Menü. Angreifen. Energiebefehle. Energiebefehle. Baumodus. Kontinuierlich. Normal. Jetzt geh ich einfach mal auf den anderen Planeten und sag angreifen. Und sag dann, die sollen da angreifen. Hm. Macht ihr jetzt was? Passiert nichts. Doch, bei mir feuert er die jetzt los. Ach ja. Da, da fliegen sie. Lustig. Los geht's. Yeah. Boah, ey. So, hast du den roten Planeten geschickt? Ja, aber wie gesagt, erstmal nur so kleine Einheiten. Ich klappe da einfach nur die Bordtöne sich an. Äh, mein Baumaschinen-Ding dauert noch. Dauert acht. Ne, warte mal. Meine Einheiten sind noch nicht da. Sieht man jetzt auch irgendwie. Die werden dann quasi auch so durch den Orbit geschickt, ne? Ist auf jeden Fall besser als die Transportkapseln. Das sieht man jetzt so. Das sind so bunte Punkte. Ey, guck mal, das ist gerade voll schön, die Flugkurve von dem. Ich werde unsere in der Mitte gleich zusammenknallen. Wie ist das? Ja. Cool. Oh, Vorsicht. Schön um die Sonne rum und zack. Ist schon geil gemacht irgendwie. Ja. Ja. Wollen wir wieder aufpassen, nicht, dass die da Triebwerke... Ey, oder wollen wir auf dem anderen Planeten jetzt Triebwerke mal bauen? Können wir mal? in einen rein steuern? Dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Ich glaube, die erste Invasion starte ich mal. Mit all meinen Orbitalen auf das Prime. Boah, ich könnte halt jetzt den ganzen Tag zocken, ey. Ja, scheiße, dass ich gleich Besuch kriege. Ja, das ist echt... Ja, das ist echt... mit einem Bekannten im Multiplayer gespielt. Mal gegen andere, aber das ist ja was anderes wieder, ne? Ja. So, meine... Dann müssten meine auch irgendwo sein. Nö. Ah, da. Wo kann man denn hier mal so Triebwerke bauen? Boah geil. Taktischer. Was denn? Ne, die kleinen Einheiten, die ich gebaut habe, die sind voll schnell und flink. Und die rennen theoretisch in feindliche Armee rein und explodieren dann. Und ich habe gerade nochmal zwölf gebaut und auf so einen Eisplaneten geschickt. Bin schon mal gespannt, wie es gleich abgeht. Ah, okay. Und ich sehe gerade, ich kann das hier irgendwie nicht bauen, diese Hallys. Das sind diese Hallys. Im Rechten mit einer erweiterten Baueinheit kannst du das da rechts... Das ist ein großer Planet, deswegen. Du kannst dann... Du kannst damit nur kleine und mittlere Planeten bewegen. Okay. Die Kräuter brauchen, das gefällt mir schon mal. Ich hätte den gerne da in die Hüte reingesteuert. Ich hätte den gerne da in die Hüte reingesteuert. Ja. Das wäre cool. Oh. Oh. Ah, okay. Meine ganzen Einheiten sind gerade angekommen. Äh, Ice Prime, falls du mal gucken magst. Im Orbit. Ja. Alles klar, ja. Ich sehe. Jetzt gucken wir mal, was da geht bei den Arzten. Ich kann auf jeden Fall mit den Orbital-Einheiten auf Gebäude angreifen. Ja, und gleich kommen zwölf meiner Selbstmordspinnen an. Wie bitte? Gleich kommen zwölf meiner Selbstmordspinnen an bei denen auf den Planeten. Sehr geil. Dann machen wir dem jetzt mal ein bisschen Druck. So. Ah, da ist auf jeden Fall eine Orbitalkanone. Da kommen sie. Die landen zack, 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 zack auf der anderen Seite des Planeten. Ah, da. Okay. Oh, die sind aber flink. Ja. In der Tat. Jetzt erstmal die ganzen Orbitalkanonen ausschalten, ja. Die Nähe. Oh. Alles klar. Sind alle auf einmal geplatzt. Ein Gebäude konnte ich kaputt machen. Wow. Naja, okay. Da gucke ich mal, was man sonst noch bauen kann, ey. Oh, scheiße. So, kaputt. Also, die Dinger, die sind hier effizient. Guck dir das mal an, ey. Was die weghauen. Guck, dann macht's einmal kurz und dann ist es kaputt. Krass. Ich werde ihn erstmal hier so ein bisschen entlassen. Und dann gehe ich, glaube ich, nur noch in den Commander und dann haben wir den Planeten hier bereinigt. so. Da ist der Commander. Warum mehr machen? Ja. Boah, die Saugen nehmen richtig die Energie aus. Und jetzt siehst du oben links, da ist jetzt ein Gegner so durchgestrichen. Ja. Das ist der, der jetzt fertig ist. So, dann würde ich den Planeten auch komplett erstmal verlassen. Finde ich uninteressant für mich jetzt und einfach mal zu dem anderen Eisplaneten übersetzen. die Einheiten und dadurch inzwischen produziert habe. eine große Läu. von schiefendem Zelm然, wenn ich das höre nicht, kann, Sehr gut. WWW. Ja. Boah, du hast aber auch schon ordentlich Strukturen aus dem Boden geklopft. Sein Produktionsroboter ist auch schon, was ist das, auf Magma Alpha angekommen? Ja, richtig. Aber das mit den Kanonen, das ist echt geil, das muss ich hier gut, da sind diese Transport-Dinger, die sind voll der Scheiß, die Kanone, die finde ich gut. Meint, da ist auch schon wieder Traffic in unserem Sonnen-System. Schuss. Schuss. Möge your missile watcher construction complete. Schuss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Piu, 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 Piu so funktioniert also also auch planetar möglich finde ich sehr geil und da habe ich mir immer ach der commander gerade noch verschont geblieben aber das heißt wenn der atombombe auf den commander einschlägt dann kriegst du den damit fertig durch machen kaputt ja ja mal fertig und da habe ich mir das spiel gewünscht was das mal grafisch auch löst weißt du kaputt ich hätte diesmal erfolgreicher als beim ersten let's play ja auf jeden fall ja 30 minuten geht auch ja finde ich auch vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal